7, 7, 8, 8, 2 am 7, 2 am 8, was ist das denn? Wie, woher kennt ihr euch? Wir kennen uns. Lange Geschichte. Woher kennt ihr euch? Wir kennen uns. Ja, das ist eine lange Geschichte. Aleykissalam Muslim. Einer sagt Hollandaise. Widerlich, Bruder, aus der Hollandaise. Bruder, Hollandaise, Beste, Bruder. Doch, Hollandaise, ich kenn das eher mit Hollandaise, aber nicht mit Currysoße. Bruder, Hollandaise und dazu noch Aioli Dip, mein Bruder, ich küsse dein Herz, Beste. Ich hör, du mit deinem Aioli, wer dipt seine Pizza? Alles, was auf der Pizza ist, ist traurig. Bruder, Pizza in Aioli tupfen, ich küsse dein Herz, Beste. Ja, Bruder, ich tupf dich. Ich tupf dich. Bruder, du hast keine Ahnung, obwohl du, so wie du isst, du hast Ahnung, aber trotzdem. Nein, der hat keine Ahnung, weil der frisst alles, egal was. Ja, hast du auch recht, Bruder, der ist Allesfresser. Ich hab noch nie in meinem Leben jemanden gesehen, der bei Rewe, Lidl, Aldi, whatever, irgendwo Chips kauft mit Spare Ribs Geschmack. Und er hat es an. Walla Villa, als ich das gesehen habe, ich hätte nicht mal in mein Glas mit dem geteilt, gell. Er hat Schirms an seinem Mund, von Chips. Schau mal an, das war lecker. Bruder, Ivo ist ein Allesesser. Oh, ich muss checken, schau mal an. Ihr müsst checken. Bruder, du bist eklig, Bruder, du isst alles. Mit was isst ihr Döner? Wie? Wie mit was? Ja. Hähnchen, oder meinst du Hähnchen, was für ein Fleisch? Nein, Gemüse, Gemüse noch mal. Ja, Salat, alles. Zwiebeln, Salat und manchmal... Salat, alles, Frischkäse, Bruder. Und Kalbfleisch. Frischkäse? Wie heißt diese Käse? Schafskäse. Schafskäse? Ja. Habt ihr schon mal anders auf Döner probiert? Dick, ja. Spaß, Spaß, Spaß. Ey, Bruder. Dick, er gibt es nicht in Bayern diese... Wie heißt das? Diese... Nein, den grüßen wir nicht, Kasim. Auf Brötchen bei dich geben. Den grüßen wir nicht. Leberkäse. Was? Was Leberkäse? Es gibt in Bayern Leberkäse-Döner. Keine Grüße an den. Doch? Ja, gibt es vielleicht, aber nicht so präsent dafür. Doch, ich schwöre, das war sogar in... Ey. Das gibt es irgendwo. Das gibt es vielleicht einmal irgendwo. Das gibt es irgendwo. Das gibt es irgendwo. Das gibt es irgendwo. Ja, okay. Ja, das ist irgendwo. Ne. Bachelor-Baby grüßen? Kasim hat den einfach gegrüßt. Echt? Ich weiß nicht wer das ist, Bruder. Ey, Mann, der fickt dich, Mann. Wer ist das? Das ist crazy. Schnell auf zu lachen. Walla, du Elri, du hast mich hochgenommen. Mach TikToks da raus und markier Bachelor-Baby. Das ist crazy. Bachelor-Baby grüße dich. Boah, das ist echt crazy, Bro. Ich weiß noch nicht wer das ist, Bruder. Merde, ich hab dir vertraut. Du wüsste. Ich vertraue dir nie wieder. Du wüsste. Hättest du noch so Taichi dahinter gesagt. Der hat dich so hochgenommen. Das war's für dich. Band ihn am besten aus dem Chat. Du bist gecancelt, Bruder. Der hat mich hochgenommen, ja. Ey, Walla, bitte lach dich, Bruder. Das provoziert mich jetzt. Der hat mich hochgenommen. Ich vertraue dir nie wieder, Bruder. Der Kasem ist so ein lieber Mensch. Er wird einfach hochgenommen im Twitch-Chat. Ich vertraue dir nie wieder. Bruder, ich dachte, ich kann ihm vertrauen. Jo. Automat, komm. Komm, Bram. Spiel gegen mich? Nicht gegen Emre, bitte. Das soll ein bisschen eine Competition zumindest sein. Ich spiel gegen die Person, die als erstes die Kiste bekommt. Ich hol die gleich, alles gut. Ja, natürlich kriegt Ivo die, wenn er da näher dran ist. Hä? Ja, warum muss nicht? Ja, wenn du jetzt vor mir bist, holst du sie. Wenn du das Spiel holst und eine gute Zahl öffnest? Was ist das? Wenn du in einem Raum mit Kasem schläfst. Hä? Rechts stapeln, rückwärts laufen? Ja, nein, wegen Fall. Es sind zu viele Anweisungen. Was ist das? Also laufen, strammelnd nach links, rückwärts laufen. Strammelnd nach links. Hä? Warum muss man einen Gegenstand? Warum muss man zählen? Okay, Nick, starte das Ding, bitte. Ja, natürlich. Du weißt, wie das geht. Ah, okay. Absolut, ich hab einen Bug dazu. Oha. 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 Nein. Oha. Ich fasse es, Bruder. Warum macht ihr so hoch? Einfach Fall, Geist. Oha. 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 Nein. 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 Ja, Kasem hat es. Ich glaube ich auch. Nein, ich ist idiot. Oh mein Gott. Schwing Bruder schwing schwing Mannhaft Wo ist der? Der ist noch am Anfang einfach 10 Sekunden noch Ivo, guck mal Ivo, der disrespektet den so hart, der kommt einfach 10 zurück Scheiße Klingt dann wenig, zumindest Knall auf, Knall auf Ja, so ein Geschenk Was ist dieses Geschenk? Damit hast du die Chance entweder direkt zur Kiste zu kommen, Spieleauswahl zu kriegen oder Dings zu landen Bruder nutzt die Im schwarzen Loch, wie ich das jetzt guck, ich land jetzt im schwarzen Loch, guck Kiste Oh, wie? Wohnungssuche Wohnungssuche? Das hört sich lustig an Jasper, Bruder Ich kiss dein Herz Ich kiss Ich kiss Ich kiss Ich kiss Wallahi, Sandro, wenn du Mann bist, du spielst gegen mich Ich hab doch gesagt, der Erste, den ich Ja, aber warum verschenkt Ja, du Idiot, Bruder Warum verschenken, ey? Warum verschenken, mach doch gegen irgendjemanden, den du einfach mal machen willst Du Idiot Denk dir doch einfach mal gegen Wer würde es nicht gegen mich haben? Ich mach gegen Emre Nein, ich spiel für Strassenspringen Warum? Lass paddeln Was ist paddeln? Mach paddeln Mach paddeln, weil es war noch gar nicht Das ist wie Tischtennis, wie Tischtennis Achso, ja, okay Ein Ball fliegt in der Mitte Ah, okay, okay Mach mal etwas Komm Emre, du zerstörst ihn jetzt Ahm Oh, das geht immer schneller, ne? Merkel das Ahm Erster Punkt, der Sandro Zack Oh, 2, 1, 1 Was ist los? Was ist los mit dir, hä? Was ist los mit dir, hä? Bam! Oh Freakshot Aha Wow Ey, Bruder, was ist das denn? Was passiert hier? Komm, Emre, komm, 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 komm Bam Wenn der Bred es holt, ja Jetzt 2, 1, du hast keinen Fehler mehr machen Du hast keinen Fehler mehr machen Ich hab nicht geglaubt Ich hab nicht geglaubt Er dachte, du bist der Schlechteste NOOOOOON Ey, du hast keinen Fehler machen Jetzt Der Schlechteste, hä? Er wird sich jetzt natzen Was passiert denn? 2, 2 Nix, was? Hat keiner gewonnen? Hat keiner gewonnen? Wir schütteln uns die Hände, was ist das denn? Für Nüsse haben wir das gemacht Boah Dieses Schlechteste hab ich noch nie gesehen, Bruder Weil du Emre genommen hast Das war Karma, Bruder, ich sag's dir Warum Karma, hä? Bruder Keiner hat bekommen, das ist fair Ey, ich hab ihn sogar das Spiel aussuchen lassen Bruder, ich wollt das Spiel doch nicht mal Ich auch Sandro Ey, alles gut Du warst fair Ivo ist jetzt nur ein bisschen traurig Weil er diese geschenkte Krone nicht wegen ich bekommen hat Ich schwöre Hörst du, er sagt geschenkt, weil du kein Gegner bist Checkst du? Nein, 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 nein Du kriegst gleich ein Bun in diesem Chat Kuh, okay, mehr nicht Es gibt einfach nur springen und Kuh Man muss nicht laufen Nicht bewegt, was? Man muss nicht laufen, glaub ich Ducken, ducken ist gut Ne, man muss nur springen Achso, man muss sich kurz davor ducken Oh mein Gott Ich hab so ein geschissen Das ist krass Boah Oh mein Gott, was macht Ivo da? No No Boah Hättest du das noch geholt, das wäre krass das wäre krank gewesen. Bruder, dieses Spiel war bisher das krasseste. Bruder, ich hätte es dann lustig. Ich hätte es dann lustig. Das war hart. Woher hat der schon wieder ein Geschenk? Ey, Bruder. Ah, ja, genau. Alles klar. Ey. Eine ab. Scheiße. Das ist crazy. Wir sind da, woher wir spielen. Fair, wir gehen auf niemanden. Wir geben jedem Tipps. Wir spielen Fair. Mhm, genau. Und der macht Norge. So wie eben, ne? Diese Bombe kann man nicht werfen? Nein, des Dings. Du kannst jeden aus Weihnachten. Achso, ich check. Ja. Geh oben lang. Kommt aus der Hälfte. Ich weiß. Ich weiß. Ich wollte nur gucken, wie er tickt. Wenn ich oben lang gehe, geht er extra unten lang. Oh mein Gott, Bruder. Du hättest die Kiste nehmen. Kann doch zählen einfach. Hä? Guck mal, er hat sich so... Weil er eben oben lang gesagt hat, ist er jetzt oben gegangen. Er ist immer noch ein Wuff-Wuff-Modus. Immer noch, ja. Das ist hart. Ihr seid solche kleinen Wichser, ihr beide. Richtig schlimmer Jungs, ja. Oh mein Gott, ja. Ey, die sind richtig schlimm. Boah. Wir sagen nur die Wahrheit, ey. Junge, hört bloß auf, ja. Die sind schlimm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist gar nicht mein Spiel, Bruder. Wir haben da auf Kohana getanzt, Bruder. Warte, warte, warte. Okay, komm. Kaninchen reiten Wildschweine. Hä? Hä? Nooo. Was hab ich gezählt? Kaninchen reiten Wölfe. Oh, ich hab einmal zu oft gedrückt, ey. Bin ich richtig? Hä? Oh mein Gott. Hey, ich hab zehnmal gedrückt. Ich hab elf. Okay, nehm ich mit. Waschbären reiten auf Elch. Was? Was? Oh mein Gott, der hat mir zu oft gedrückt jetzt hier. Nicht richtig? Hä? Hä? Ich verzähl mich mal richtig. Ohhhhh. Ich kann nicht zählen. Oh, ich weiß nie, was das für Tiere sind, Junge. Oh, ich küsse ein Herz. Waschbär auf Elch. Waschbär auf Elch. Waschbär auf Elch. Wo ist die Truhe nochmal? Ach, da im Wasser, ne? Ja. Na jetzt, er fährt mit dieser Akete in mich rein wieder. Oh, guck mal, ja. Ach, kann er das selber? Ah, man kann das steuern. Ah, das ist krass. Er meint grad noch, er gibt jeden Tipps, er tut nix. Hm, jeden Tipps, ja. Ich brauche Schlüssel. Er greift niemand an. Den gleichen Weg, den ich renne. Bin ich dran? Ja. Oh. Magnet wäre jetzt crazy. Ich glaube, der geht nicht, weil ich unter dem bin. Magni wird schon gehen durch. Nein, geht gar nicht. Ich bin nicht in seiner Höhe, aber er kann gerne machen. Es hat einfach geklappt, ich habe mich gerettet. Ja. Guck mal, weg bei ihm direkt. Nein. Irgendeiner muss das Wasser machen, damit sein Ganzkörperkondom weg ist. Bruder, wie macht man das denn überhaupt an? Indem man auf ein Ausrufezeichen auf der Karte kommt, auf einen Punkt. Ja, nee, wo ist denn ein Ausrufezeichen? Es gibt, glaube ich, nur zwei. Ey, Ivo hat gleich zwei zu Schlüssel, ne? Ich habe 15 Schlüssel, Bro. Ich kann jetzt gar nicht holen. Ey, sorry, ich meine, äh, dieser Dingens. Nee, ich kann es auch nicht holen. Wo ist denn? Ah. Tod. Komm schon. Was ist das? Geschenke klauen. Geschenke klauen bei dem anderen und bei sich ein Save bringen. Das ist krass. Das ist ein richtiger Kunde spiel. Oh nein, Bruder. Das riecht dich auf Fitna, Bruder. Welcher bin ich überhaupt? Ey, muss man die Geschenke nehmen oder einfach drüber? Ja, einfach rüber laufen. Guck mal, die klauen bei mir, Emre, klauen du bei denen, tamam? Nichts, tamam, nix, tamam, Bruder. Klauen du bei denen. Guck mal, die gehen nur auf mich, Emre, damit du gewinnst. Ich, die sind mit mir beschäftigt. Nimm du, dass du immer vier hast, Emre. Ich führe eh gegen mich. Einen, einen wieder, ein, wieder Team, diese. Die dürfen nicht gegen dich, die dürfen nicht. Du hast drei. Bruder, beide machen gegen mich, Bruder. Wie Pussys, Wallah. Der beschäftigt sich gegen mich, komm. Du hast vier. Du kannst ja einen austrickst, weil du einen mehr hast. Du hast gewonnen. Guck, ich und Emre beklauen uns die ganze Zeit. Das ist Gleichstand. Du hast mehr. Klau dir den, schnell, schnell, schnell. Du hast was, du hast was. Ja. Ja! Mein Gott, let's... Number one! The only number one. Ivo, du hättest einmal hochgehen müssen, ja. Er ist erst auf zweiter geworden, sagt es. Wie einmal hoch, ich spiele für mich nicht, damit er nicht gewinnt. Alles gut, Bruder, alles gut. Er hättet das alles gut, Jungs. Emre, bevor du würfelst, guck, was du alles hast an Items. Boah, das ist so ne Modus. Boah, ich würd ihm so ne Zucchini drücken, Bruder. Das ist keine Zucchini, mein Bruder. Ne Aubergine. Guck mal da unten, wie er da steht. Er steht bereit. Sprich mal mit Lerthas noch einmal und dann drückt Q. Pam! Boah, der hat geschmeckt. Boah, Emre, du hast genau 14 AP, ne? Boah. Du siehst? Er rennt nur an dir vorbei. Ja, alles gut. Geh in die Kiste. Nein, du kannst nicht, ne? Doch. Er kann, er kann, er kann. Hast du. Boom, Junge! Was ein Gameplay! So'n Ding ist das. Alter, direkt hinter mir. Boah, du hast sogar geschenkt. Wow. Ja, Sandro. Was für Sandro, was willst du von mir? Sandro. Ich will mal sagen, ihr beide solltet euch mal anschnallen, denn ich komme jetzt angefangen, oder? Was? Schade, schade. Hey! Oh mein Gott! Hat er sich selbst hochgenommen? Hat er nicht genug Schlüssel? Warte, nein, nein! Oh! Was? Nein, nein. Was? Oh, musst du ignorieren. Oh mein Gott, er ist genau selb! Warte, du lachst, aber Patrick, er hat einfach ne Rakete benutzt und ist einst zurückgegangen. Oder das ist crazy, Alter. Ja, du hast nur keine Ahnung. Wie viele Schlüssel brauche ich noch? Das ist hart. Und er redet die gleiche Runde noch einmal? Das ist hart. Das ist hart, Karl. Oder der weiß nicht, dass er mit einem Profi spielt. Boah. Wie eingebildet der das gerade gesagt hat. Ah, wo Beutlinge. Da weiß ich nicht. Wie viele Stunden hast du in dem Spiel, sei ehrlich? Alle. Alle. Geht der bis da? Nein, mach einfach, wenn es nichts kommt. Ich sehe es nicht mal, ob der bis da geht. Nein, ich bin ganz woanders. Andere Höhe. Es ist zu weit gekommen. Man hat der Glück gehabt. Weißt du irgendwas anderes? Rote Items. Ja. Wir sehen uns nochmal, Kasu. Ja. Ich hoffe, du kriegst jetzt Schaden. Bruder, dieses Spiel ist gerade sehr, sehr ausgeglichen. Bruder, aber dass Sandro so viele Schlüssel hat, das ist... Oh mein Gott, Mario Kart. Er hat ja wohl Pokale. Ich will nicht sagen, aber ich habe Tunnelblick in diesem Spiel, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Was? Wieso? Tunnelblick überall. Ja. Guck da einfach. Ja. Nein. Oh mein Gott. Scheiße. Ja. muss ich noch umrunden oder wie läuft das war wie abgehoben das nenne ich ja schon vor sandro beendet ja junge trotzdem hast du einen schlüssel mehr bekommen auch mädchen alles gut bis 4 tatsche jetzt renne ich im kreis von mir meine piste sandro loser er hat jemand eine abrissbirne für karsim eine was was ist eine abrissbirne bruder dieses ding oder wie was ist eine abrissbirne ich küsse dein herz er hat 30 hp das bringt doch gar nicht aber er hat hier schlüssel nein alles gut ich küsse dein herz wow mobbing ich liebe dich hinterhalt ich liebe dich dass er das nicht auf mich gemacht hat die nahe bei rasch war gewollt war gewollt allerdings die nahe drückt ich habe mich nicht verklickt nein allerdings ja aber extra er ist stimmt der weg schlüssel mach 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 sauber er hat sich gerade selbst hochgeladen bruder er hat doch kaum haftig bruder er hat selbst hochgeladen such dir mal zwei schlüssel zusammen ok starte mdr warum hast du das gemacht ok ihr habt gerade zwischen freunden feuer gelegt ja obwohl da gar kein sprit war aber ihr habt das jetzt alle bereuen die narodon alpaca die narodon alpaca die narodon chewbacca ah nee bruder wir gehen jetzt in den sicarium dieser mitzglick war so hart freunde sicarium mit der zwischenschutzung essen das ist einfach evo spiel der wird diese ganze topf essen wenn er könnte er hebt man auf ja ich hab jetzt verkackt ist reinfolge egal oder was ja ach so ich weiß aber nicht ich weiß nicht ach man muss ach man muss weiter machen doch nicht doch doch wow wow ja 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 w Nein, schon falsch, f**k. Neue. Hier ist es schön. Oh, er ist immer noch in Führung. Wow. Hat wohl nichts gebracht. Wow. Wer hier drauf tritt, nimmt sein Blut. Wow. Boah, er lacht wie ein Schurke aus einer Kinder-Serie. Wie findest du Loops? Was ist Loops? Was ist Loops? Was ist Loops, Merth Ali? Ich glaube, der hat dich wieder hochgenommen. Ich weiß zwar auch nicht was. Die Narodon normale Bracke, Annick. Schuhe, Bruder. Loops. Louis Beton? Louis, wie heißt es? Louboutin oder wie heißt es? Louboutin. Louboutin. Louboutin? Bruder, was ist Louboutin? Ja? Louboutin. Ja, Loops. Er sagt so Louboutin. 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 Schuhe. Hä? Ich hab nix für Kaze mehr. Der hat vier Schlüssel. Ich hab aber was für dich. Warte mal. Echt? Bruder, schick mir die mal bei Insta. Ernst, schick mal bei Insta. Ach da. Ich bin gespannt. Hoffentlich fällt dir was auf den Kopf. Ach du Scheiße, Bruder. Tote Schuhe. Wallah. Emre, du kriegst diese Hardcore-Wappen. Ich sag dir ehrlich. Maximal tote Schuhe, Bruder. Emre, du kriegst diesen Automaten da vorne oder so. Ja Merd. Also die Schuhe meinst du nicht ernst, oder? Also Bruder, wenn du die holst, Bruder, dann... Ich weiß nicht was für ein Geschmack du hast, aber Bruder. Ich hoffe. Ja, hol die am besten in Rot. Ihr habt keine Ahnung? Alles gut, Bruder. Wenn ich keine Ahnung hole. Was war's? Er hat den Zepter bekommen. Für Hochzeit? Geh rechts lang, geh rechts lang, rechts lang, damit du Kiste kriegst. Ey, glaub nicht mir. Geh wirklich rechts lang. Guck mal, er hat schon so Angst, weil du ihn eben die Runde so hoch genommen hast. Alles gut, Bruder. Was ist das? Einfach Felder einnehmen. Felder einnehmen. Felder einnehmen. Okay, das selbsterklärend. Ja, ja, es hält. Komm. Wo bin ich? Ich nehme immer die Mithalte erst ein. Ich nehme immer die Mithalte erst ein. Hä? Ja, Bruder. Danke für die Erklärung. Ja, Bruder. Er erklärt diese Spiele wie Dings. Ich wusste es auch nicht. Es wird eingesperrt. Es wird eingesperrt. Boah, du hast ihn hochgenommen, Emre. Alles gut, Bruder. Bleib mal da. Sandro hat das Spiel auseinandergenommen. Sandro hat am meisten. Boah, du wusstest, dass man einspielen kann, lässt sich nur einspielen. Nein, ich wusste das nicht. Ja, ja, genau. Deswegen hast du ja gesagt, geht extra in die Mitte alle, ne? Am Anfang. Wer hat denn den mit übernommen? Boah. Mich. Egal, Zweiter schmeckt trotzdem. Hä? Ey, Bruder, Matt, wenn du die holst, ne? Ich sag dir ehrlich, Bruder, das ist crazy, Bruder. Du hast 15, Bruder. Wo sollen denn diese 800 Euro Schuhe kaufen, Bruder? Ich bist dein Herz weg. Bruder, Pen dabei. Aber Pen dabei, die kommen mit Dings echte Stacheln. Leute. Mit Reißnagel kommen die. Holt nicht über Pen dabei, Bruder. Ihr macht... Ich schwöre, ihr läuft auf Sohlen, Bruder. Ihr macht eure Knie kaputt im jungen Alter. Wallah, holt das nicht. Glaubt mir, stylet sich alles, Bruder. Gesundheit geht vor. Ich küsse eure Herzen. So. Ich mein das ernst. Scheiß auf diese paar Dings, Bruder. Ich küsse eure Herzen. Sarah magst du was anderes, Bruder, weil da holst du Taschen. Weißt du, was ich mein, da holst du Taschen oder so. An alle Frauen. Kasim hat zwei. Sandro immer noch null, seit letzter Runde schon. Ja. Warte, wo ist die? Ach da, ach du Scheiße. Aus, schmilzt Sandro den Platz, da rennst du genau den Weg. Was ist das? Nein, du hast noch nicht gesagt, ich würde noch gar nichts machen. Wir schwöre ein uraltes Übel herauf, das auf der Karte... Hol mal, hol mal den Hase. Ja, mach, dieser Hase. Du hast einen Hase, der frisst alle Gegner, die dir entgegenrennen, außer dich. Was ist dein Hase? Nein, nein, nicht geschenkt. Was ist dieser Geschenk? Nimm mal, du hast nicht genug... Wann hast du den Schlüssel? Diesen Stab würde ich machen, ihm würde den Stab machen, vertrau mir. Der rennt zwar irgendwo nicht jetzt, aber mach ihn einfach. Okay, eins, Sauschlauch. Ey, könnt ihr mir mal sagen, was das jetzt bringt? Hättest du den Stab... Da kommt ein Hase, der gar nicht, weiß ich nicht. Da kommt ein Hase, der greift uns alle an, außer dich. Und wie lange? Die ganze Zeit. Walla? Ja, du hast einen Hasen, wenn du das... Sag Walla die ganze Zeit. Ja, soweit ich weiß, du weißt, du weißt. Nein, nicht die ganze Zeit, nein, nicht die ganze Zeit. Soweit ich weiß, die ganze Zeit. Niemals die ganze Zeit. Sag ich, bis du stirbst. Nein, nein. Ja, oder das kann auch sein, bis er stirbt. Oben lang rein. Ich will pennen, aber es macht so Spaß, Sandro, der Whissel verlieren zu sehen. Guck mal, wie er redet, ne? Kann halt nicht. Hier. Gestern, der fragt mich noch, Sandro, kannst du bitte nach dem Stream, VOD online... Ah, nee, der will sagen, ohne ihn, du hättest diese ganze nicht. Und jetzt, er schreibt sowas. Ah, nee, der sagt, du bist unter sein Ei. Ja, nee, du brauchst Einverständnisbeklärung von ihm. Er sagt, du brauchst Mutti-Zettel. Boah, wir kennen die Spiele nicht. Nein, wir können nicht direkt schlafen. Was ist das? Was machen wir hier? Man muss runterrennen und von den Tischen Geld und Goldwaren klauen und die dann in diesen LKW eintunen. Mehr nicht. In welchen LKW, Bruder? Achso, von Dahlen. Ich hab's nicht geteckt. Mehr wurde gerade überfahren, so lachgegst. 20 Sekunden jetzt. Kennt ihr das von Lester noch, diese Durchrufe immer? Ja, ja, ja. Durch die Kontrolle. Ja, ja. Amu-Beutel. Das ist ein Spiel. Ach. Und so mehr Batschen auftippt, umso langsamer seid ihr aber, ne? Ach, das konnte ich schon gar nicht mitkommen. Danke. Ich würde zehnmal überfahren. Boah, Evo, krass. Warum hat dieser Junge einfach 23? Wallah, das ist krass. Ich bin nur auf die dicken Fisch gegangen. Drei mal Gold und dann durch. Ja, die Mertali, der will sagen, du bist unter ihm. Was sagt der? Matt, kannst du bitte Free Access? Free Access? Was für Free Access? Zeig mir jetzt ein Chat, wo ich das gesagt hab. Was laberst du? Was ist Free Access überhaupt? Oder er sagt, freier Zugang für einen Onlyfans-Account von irgendeiner. Guck mal, was er sagt. Guck mal, was er sagt. Komm, guck Matt. Wir machen jetzt so. Zeig, mach eins für uns und schick in den Discord rein, wo ich das geschrieben hab. Schick rein. Ich hab wenigstens ein Beweis. Na. Guck mal, was er macht. Die andere Sache ist, wieso unterhaltet ihr euch beide darüber? Dass er sich nicht schießt? Nein, die haben uns nicht unterhalten. Ja, ne, habt ihr beide was damit zu tun? Er hat sich gerade an dieser Post gedacht. Also seid ihr beide in einem Boot und unterhaltet euch darüber. Oh, wenn soll ich denn in den Telegram-Geschichten leaken? Ah. Oh, was schreckt der? Oh, Randall gegen Randall. Was ist das für ein Gespräch? Alter, wer spielt jetzt mit Füchse und Erzinnungskekse? Kekse, Kekse, Kekse. Was ist das über meinen Kopf? Na komm, zeig jetzt. Ey, was ist diese... Wallabilla, ich nimm das jetzt. Ja, mach das. Guck jetzt. Aber wenn ich sah... Alles rot. Guck mal, geht Sharingan. Baby in Yellow ist er geworden. Boah, boah, was ist das für ein Ritual-Scheiß, Bruder. Wer wollte mich verarschen? Also... Hä? Boah, ich dachte, da kommt jetzt ein XXL. Wallabilla, ey, Jungs. Ich küsse auf Herz. Wallabilla. Ja, ja, du, jetzt sagst du. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Sonst macht dieser Arse. Dann, du schreis rum. Zandro, erzähl mal über diese Telegram-Geschichten. Ja, echt soll ich erzählen. Das ist nicht gestreamt, glaub ich. Das ist nicht gestreamt. Er soll euch erzählen. Boah, Karzman hat sich gelohnt. Das war kraft. Ach doch, man kann schon im Stream erzählen, aber er soll erzählen. Erzähl. Er soll euch das erzählen. Erzähl, Sandro. Ich glaub, Merd-Ali, sein Offenthal im Chat ist gerade nur noch betrissen. Merd-Ali. Da muss einer zur Ausländer-Börse nach Offenthal fragen, glaub ich. Sandro. Merd, du hast Sachen rausgeholt, die nicht stimmen. Jetzt komm, jetzt musst du... Ey, Leute, guck mal, wie viel Ding in Sandro hat. Schlüssel. Ich geb euch die Erlaubnis. Okay, erzähl. Ja, Merd ist ja in so Gruppen drin, in so komischen Gruppen. So Leak-Dinger und so, von Frauen und so. Na. So ein Spanner oder was? Und das sind so Free-Dingens oder was? Ja, ja, so Free-Dings. Guck mal, er schreibt was von die... Ich hab mal Free-Ding-Zugang-Dings. Er macht so auf viele Kamerungen. So, zur Nummer. Guck mal, jetzt schreibt er Nein. Er hat mir gerade Erlaubnis gegeben, das zu erzählen. Jetzt schreibt er Nein. Nicht das, Bruder. Ah. Es gibt nur andere Geschichten. Achso, ja, von wem weiß ich nix. Boah. Startet, Jungs. Warte, warte. Wie? Wo muss man denn über... Wo weiß man denn... Die, die... Die, die wackeln, ne? Achso. Die, die wackeln, hauen ab. Die, die nicht wackeln, bleiben. Ja, Merd. Welche anderen? Ich küsse dein Herz. Boah. Boah, war knapp Tontechnik. Sag herrlich. Alle leise. Oh mein Gott. Aber man kann springen. Oh mein Gott. Ach Mann. Pff, Montechnik weg. Boah. Egal, zweiter ist okay. Alles gut. Egal, ich hab Boxhandschuhe. Komm mir einmal zu nahe. Bruder, das ist nur ein Bruchteil. Bald Loki FBI steht vorbei. Ich glaub, es ist die Beschreibung. Nee, warum hab ich das Gefühl, dass dieser Hase mich gleich weckt, oder was? Bruder, dieser Hase. Der macht noch gar nix. Tote Hase, Wallah. Kaninchen einfach. Nein, 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 nein. Das sagst du jetzt noch. Guck mal, der ist eins hinter... Ah, du hast ihn ja auch beschworen. Pass auf, was der gleich mit Tontechnik oder Kase macht. Wurstig, äh, Kiste. Ja. Oben rechts, ne? Ja, mich wird er sie schnappen. Ach, da oben rechts. Ah, okay, okay, okay. Boah, da muss man die jetzt auch noch ausdrucken, oder? Das reicht doch. Reicht doch. Hade, Bruder. Wallah, Bruder, einer. Ich hab gezählt, Bruder, chill doch, ja. Ich guck mal. Oh mein Gott, einer so fit für die nächsten acht Tage. Oh, holland. Rakete hat der in mich reingeschoben. Der sagt mit, schick doch, Merd. Tontechnika 3 HP. Das will der jetzt leaken. Ich hätte auf jeden Fall sterben, Bruder. Also Merd, egal was du jetzt leaken willst, ich packe dieses eine Video aus. Du weißt genau, welches Video ich meine. Wenn ich das aus kacke, du weißt genau, du bist am Arsch. Video. Ähmler, geh auf ihn, geh auf ihn, schnell, er nimmt die Kiste sonst. Mit diese Kugel, die du gerade bekommen hast. Der ist dann weg. Das ist ein Auge auf meinen Kopf. Mach ihn weg mit diesen Rommeln. Vertrau mir, Ähmler. Komm, mach, komm, mach. Merd, schick mir auch mal, ich will sehen, was du meinst. Er hört so gut aus seinem Kommandos-Bolz, krass. Sitz. Sitz. Alter, was die da rausmachen hier. Boom. Einfach geholt für nix. Nein, warte. Ja, sowieso geholt für nix. Schau, wo du bist. Was denn, Merd Ali, schickst du jetzt oder schickst du nicht? Merd Ali hat, äh, äh, Dings, Angst. Hat den nicht geschickt? Ne, der hat Angst. Er soll dir schicken, er soll ihn mir aber auch schicken. Eigentlich, der hat nix Schlimmes. Aha, er hat ein Foto gesendet. Habt ihr gesehen, was ich mit Sandro gemacht habe? Wow. Tot, Merd Ali. Was hat denn da liegen? Full Schlüsse? Schick, schick mal. Schick mir mal. Tot, Merd, ja. Er hat safe irgendein Bild mit Snapchat-Filter geschickt. Na, Bruder. Tote Lage, Bruder. Oh, Geschenke einsammeln. Was ist das? Geschenke einsammeln. Tot, Merd, ja. Du bist echt tot, Bruder. Du bist genauso tot wie der letzte Merd, der nicht mehr wiederkommt. Nur links und rechts, ne? Oh, tot. Also, muss ich irgendwas drücken? Nur links und rechts. Nur Geschenke einsammeln, nicht die Steine, nicht die Steine. Oh mein Gott. Irgendwie leise ist es. Alle konzentriert. Alle konzentriert. Ich schwöre. Wie bei, damals in der Schule, wenn man Test schreiben musste, damals. Guck mal. Alle konzentriert. Das Ding ist, damals bei Test, du hast es so rüber geschielt. Bei Nachbarn, was er schreibt. Alter, war ich nicht da. Aber hier war ich nicht da. Aber ich weiß nicht mal mit dieser Situation. Vierte Klasse. Ja, Abgang vierte, Bruder, ja. Ganz üble Nummer, Bruder. Boah, scheiße. Merz, schick mal, was du geschickt hast. Erzila? Ne, wer ist Erzila? Boah, guck mal, was Merz alles schreibt. Deine, guck mal, was er schreibt, ja. Das ist crazy. Jeder Mann hat eine Zip, Bruder. Boah, kennt er die, Bruder? Warum speicherst du sowas? Boah, das ist der, die Frage ist was. Nein. Wow, warum hast du die, Merz? Merz, warum hast du die? Einer geht in die Galerie, hat fremde Zips drin. Das ist crazy, Bruder. Boah, sagt nur über dich, als über Achtung, Bruder. Ich bin seriös. Wow, Merz. Wisst ihr, was das Problem gerade bei Merz ist? Er weiß, was ich für ein Video von ihm habe. Deswegen, er denkt sich irgendwelche Sachen aus. Er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Merz, du weißt selber, welches Video ich habe. Guck mal, was er sagt, eins zu eins. Das ist unfair. Schick mir mal das Video. Ich schicke nur, wenn er sagt, ich darf dir schicken. Ich glaube, Merz, alle sein Untergang ist leer. Merz, der soll mir das mal schicken. Schick, ich bin gespannt. Schick, ich schicke in Gruppe. Nein, oha, übertreibt doch nicht. Oha. Ich kriege kleine Fehler, der will direkt alles, Bruder. In Gruppe sind Leute wie Blero, mein Bruder. Was haben die damit zu tun? Du musst würfeln, du musst würfeln. Warte. Warte, wo habe ich das? Schick mir auch, komm. Heil dich am besten. Ich muss das sehen. Ah, oben ist Heilung. Ich habe dir geschickt, Emre. Ja, Merz, alle. Ich glaube, dein Untergang ist da. Schick Ivo auch, okay. Schick mir Ivo. Ich sag. Macht euch stumm und hört den Ton auch noch. Er ist humorvoll. Guck mal, wie Emre guckt. Guck mal, wie Emre guckt. Walla ist humorvoll. Es ist humorvoll. Ja. Aber du weißt selber, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, was die Leute aus ihm machen werden, ist okay. Ist okay. Wollt ihr starten? So klein ist er nicht. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Stell dir vor, nein. Was? Nein, Spaß. Hat gar nichts damit zu tun. Ich bin voll wach geworden. Ich dachte, wir haben den jetzt richtig an den Eiern, Dürer. Ali, das wäre dein Ende gewesen, wäre das jetzt Hundin gewesen. Ja, das weißt du. Bruder, Alfa Kase hat seit dieser Bachelor-Baby-Sachen voll Hass auf den. Ja, natürlich. Er hat mich hochgenommen. Er weiß aber immer noch nicht, wer Bachelor-Baby ist. Nein, weiß ich, wer das ist. Was macht er jetzt? Diese kleinen Kranienchen. Er ist auf Jagd. Voila, tote Jagd, Bruder, seit drei Runden, der läuft. Gabelstaub. Was jetzt? Was ist das denn? Ich glaube, Karl ist direkt immer bereit. Er weiß, er kennt jedes Spiel, Bruder. Da muss man die Kisten in diese Dinge reinhauen. Ja, logisch. Wo muss, was muss man machen? Du musst diese Gold in diese Kisten reinhauen hinter dir. Ganz genau. Und womit... Er muss man abzielen, oder was? Nein, mit dieser rechte Maus. Äh, linke, sorry. Ivo, hast du das nicht in mir sehen? Ja, ja, Wallah, ich bin einfach ganz hinten am Hieb, Bruder. Hä, wie kann... Hä? Oh, ich check die Stirren. Ohlum, was ist das für eine Steuerung, ja? Digga, was ist das? Muss man alles sammeln, oder? Ja, klar. Alles, was du findest. Oh mein Gott, Bruder. Leute, schweiß sie nicht weg, Bruder. Guck mal, wir haben... Jetzt reißen wir den Druck. Ja, die Siegung. Ja, die Siegung. Er, Bruder. weil er tote runde land ibo hat einfach sein gabelstapler schein gemacht bitte würfel eine 4 alles bitte du kriegst diese schlüssel aber nicht egal egal boah doof du kriegst auch keine schlüssel das sind meine schlüssel in ruhe wo ist die kiste und links und links alles gut ich hab nicht viel fehlt okay md bruder was bringt diese geschenk du hast keine 40 schlüssel benutzen nimm das nicht wenn du keine 40 schlüssel hast weil sonst kannst du die kiste nicht öffnen du bist direkt bei der kiste eventuell aber du hast jetzt keine 40 schlüssel aha wasser steigt naja sandro jawoll ja hat der hase ja mach doch mal jetzt deine arbeit wann macht der hase denn irgendwas ja der muss einen von uns erwischen aber jetzt hat der scheiße eingesetzt oh ne krone clown oh ne also wie bei diese fallgeist diese dingens klauen ne ja 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 und wer die zuletzt hat hat gewonnen ja wie klaut man wie klaut man links gegen ne ja schlagen hä 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 einfach man kann sich schlagen aber dann bleibt der andere stehen also wenn man gegen den Zaun läuft wenn man aufsteht wie schlägst du uns hä hä wie schlägt man links klick links klick links klick links klick achso aber man kann mit kronen auch schlagen oder das ja ja ach bruder hä 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 schlägt einfach durch baum durch ok rolle ja ja genau von wo schlägst du bitte du guckst mich nicht mal an ey bruder ich bin der king ich bin der gang der kampf um die krone mit mir endet so er sila ist lowkey cool wenn ich die packe er sila ist wer ist er sila bruder wer zum teufel ist er sila wer oder was ist er sila nein nein ja ok was passiert jetzt was passiert jetzt die hat clarissa gesperrt womit gesperrt also inwiefern womit hat die was gesperrt die jetzt die seid oder was auf insta und woher wisst ihr das was passiert aber jetzt woher auch ich bin der kiste ja woher fünf leute können sich ein meinen bruder äh ein laden ihr würdet so maximal reichweite ziehen alle einfach ich spiele untereinander hä woher einfach fanpage samm beef untereinander ich küsste mit dir die sperren sich und so so ein ding wer denn esila kenne ich gar nicht was ist das los mit euch ja du stirbst doch jetzt am wasser warum ist nicht mit rakete raus ich dachte ich kann das wasser abdingsen mit diesem kaktus er muss halt nicht rüber zur kiste was kann mich doch überschleudern und ja aber du hast keine links keine 20 schlüssel er kann ich von dir klauen auch wenn du nicht da bist nein ich bin der kiste ich bin der verdammnis ich weiß ich kann sein nein ich weiß es ist ich sagte doch ehrlich oder ich versuche ich dann bist du sie sagst du geht nicht geht nicht ich weiß dass es gut ich hab dich verarscht und du brauchst statt 20 10 schlüssel guck mal nein ich bin sowieso nicht rüber du kannst ja auch nicht rüber also ich will ja nicht rüber du kriegst jetzt die kanone nein vor neuen nasen haasi guck mal er hat dich so hochgenommen er hat sogar jetzt noch deine schlüssel aber hätte ich von dir klauen können jetzt hörst du hast ja schon ja hättest du einer lügt einfach komm mal er ist hart oder er sagt ich sag dir ehrlich ich bin das leben ist hart wir spielen pummelpart oder wir wollen gesendet nein bruder aber die zeit das ist mein leben diese zeit ja 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 komm jungs ja bruder aber sag doch einfach ja hätte nicht geklappt was ist das einfach schießen gegeneinander ich sag das nur extra damit du denkst du jetzt verkalkt aber nein letztendlich okay okay jetzt ja was schießen ja wann kann ich schießen diese power ja warum kann ich nicht schießen mit links klick ich dachte auch ich kann mich für leicht nennen ich kann mich für leicht nennen Fuck. Weil dieser Modus ist echt beschissen. Bruder, was ist jetzt mit meinem Hasen, Bruder, ja? Bist du, was ist jetzt mit meinem Hasen, Bruder, ja?